Trackmania war schon immer ein ganz spezielles Rennspiel. Es ist eigentlich darauf ausgelegt, dass die Spieler Perfektion anstreben, auf jedem Kurs die Bronze, Silber und Goldmedaillen holen, die Zeit des Outdoors knacken eventuell und auch in den Leaderboards untereinander versuchen, sich noch um das entscheidende Hundertstel zu unterbieten. Es ist eine Art Wettkampf, der einfach süchtig machen kann. Manchmal frustriert er zwar auch ein wenig, wenn man nach einer nahezu perfekten Runde noch irgendeinen dummen Fehler begeht und dann in mehreren Anläufen danach erneut scheitert und am Ende gar nicht mehr so weit kommt, wie man davor eigentlich war. Aber dann ist immer wieder dieser Kick da und man versucht es immer wieder neu und macht immer wieder einen neuen Anlauf und wieder und wieder und immer weiter. Eigentlich kann man sagen, ist Trackmania perfekt für Einsteiger und wenn man jetzt mal überlegt, dass es schon fast zwei Jahre her ist, als Trackmania 2 Canyon erschienen ist, denkt man sich, es muss ja einfach wieder ein neues Trackmania rauskommen. Und das Ganze ist auch so und zwar der erste von insgesamt drei geplanten Teilen und das Ganze nennt sich Stadium, das die goldene Mitte ist, bringt die geliebte Stadionumgebung wieder zurück, wie wir sie kennen und ist dann einfach perfekt geeignet für Einsteiger. Während für Canyon nämlich nach wie vor 19,99€ fällig sind, muss man für Stadium gerade mal 9,99€ ausgeben und man braucht Canyon nicht, um es spielen zu können. Für den 10er bekommt ihr im Gegenzug aber richtig viel zurück, nämlich das gleiche unkomplizierte Gameplay und all die Features, die auch in Canyon am Werk sind, wenn auch nicht dessen Inhalte, ganz klar. Und das Ganze ist eigentlich relativ unkompliziert. Einfach starten und mit ein paar Klicks befindet euch schon auf der Rennstrecke. Keine Setups, keine Wagenauswahl, keine Gegner, mit denen ihr zusammenstoßen könntet. Überhaupt nichts, das irgendwie ablenkt. Hier geht es alleine um euch und die Zeiten, die ihr fahrt. Um eure Wagen unter Kontrolle zu halten, braucht ihr auch nicht mehr als die vier Pfeiltasten. Oder ihr spielt natürlich mit Gamepad, das ist was anderes. Gas geben braucht man, bremsen, lenken, fertig. Was so simpel klingt, braucht ihr aber wirklich Feingefühl und Geduld, bis ihr jetzt endgültig gemeistert habt. Das werdet ihr wissen, wenn ihr schon selber früher in der Zeit gespielt habt, dass man da wirklich mit den einzelnen Fingerhaltungen wirklich einiges an Zeit rausholen kann. Wie nehme ich jetzt die Kurve am besten? Wie viel Gas gebe ich beim Sprung? Wirklich kleinste Entscheidungen können eure Zeit entweder ruinieren oder euch womöglich ganz nach oben befördern. Doch um auf einer Strecke gleich im ersten Anlauf die Bestzeit abzuliefern, müsst ihr schon sehr viel Glück haben. Und ja, eigentlich, ja, wie gesagt, ein Glückspitz sein, weil es ist wirklich sehr schwierig. Da Stadium ein Teil der Strecke-Maine der zwei Gesamtpakets ist, solltet ihr euch hierbei aber keine großen, innovativen Neuerungen gegenüber Canyon einfach in den Raum erwarten. Dementsprechend beschränken sich die Ergänzungen unter anderem auf 54. Oder wie viel sind es? 65. Genau, 65 vorgefährte Strecken, die euch zur Jagd auf die Bestzeiten einladen. Der an einen Formel-1-Renner erinnerte Wagen steuert sich etwas anders als die Fahrzeuge in Canyon, aber nach nicht allzu langer Zeit hat man sich auch daran gewöhnt. Das gilt auch für die verschiedenen Untergründe, etwa den Asphalt, der eurem Fahrzeug eine gute Bodenhaftung beschwert, während ihr auf dreckigem Boden oder Grasflächen deutlich mehr durch die Gegend rutschen werdet. Selbstverständlich, wie in jedem Trackmania, bekommt ihr auch neue Bauteile für den integrierten Eiltor. Nutzt dort die vorgefertigten Stadium-Teile etwa in Z-Bedien und die üblichen Loopings sowie diverse weitere Streckenteile oder benutzt einfach für jedes Element eigene Texturen, um eurer Strecke einen einzigartigen und persönlichen Look zu verleihen. Es stehen euch jedenfalls viele Möglichkeiten zur Verfügung, die verrücktesten Strecken zusammenzubasteln, was die Community momentan auch fleißig tut. Na, der aus eigenen Werke sind meist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch von Seiten des Spieler erwartet. Und es lohnt sich immer wieder, einen Blick auf neue Kreationen zu werfen. Gleichermaßen ist dadurch natürlich der Nachschub an Neustrecken für eine ganze Weile gesichert, auf denen ihr dann wiederum versucht, die Bestzeit zu knacken. Und wie gewohnt steht eben der Wettbewerb in Trackmania 2 Stadium deutlich im Mittelpunkt. Ranglisten, Punkte, all das soll er ständig anspornen, zumal es selbst für kleinere Regionen in Deutschland eigene Leaderboards gibt. Das finde ich eigentlich immer am coolsten, wenn man so, ganz in Bayern, München zum Beispiel, kann man sich immer kleiner werden. Und sonst hat man da so kleine Leaderboards und das finde ich so persönlich immer ganz cool, wenn man sich überlegt, der wohnt jetzt vielleicht nur 10 Kilometer von mir weg und ich habe den jetzt in der Rangliste überholt. Einfach nur, es ist einfach dieses, ja, so gehen, was so jeder Mensch einfach in sich hat. Man will einfach immer besser sein als alle anderen. Und wenn man sich mit Leuten in der Nähe vergleicht, ist es natürlich noch genialer. Je nachdem, wo ihr eben wohnt, meldet ihr euch dann mit den Fahrern aus der nächstgrößeren Stadt oder eben eurer direkten Umgebung. Das Spiel selber ermutigt euch stets dazu, euch noch weiter zu verbessern, indem ihr etwa die Ghostfahrzeuge der jeweils nächstbesten Zeit oder eines menschlichen Spielers seht, die ihr gerade zu überbieten versucht. Wenn ihr euch davon ein paar Tricks abschaut, steht ihr womöglich bald selbst weit oben in der Rangliste. Shrek Mania 2 bleibt auch mit Stadium ein Rennspiel, das sich vor allem an diejenigen richtet, die bereit sind für die bestseitigte Strecke um Strecke zu perfektionieren. Eine hundertstel Sekunde ist da immer drin und gerne im Wettbewerb mit anderen. Wenn das nichts für euch ist, werdet ihr wahrscheinlich mit dem Spiel nicht viel anfangen können. Es dauert ein wenig, bis ihr Shrek Mania 2 gemeistert habt, aber gleichermaßen eignet es sich auch für eine oder andere schnelle Runde zwischendurch, wenn ihr einfach mal Bock und Lust drauf habt. Und dank des E-Tors und der treuen Community ist ständiger Nachschub garantiert. Oder bastelt ihr euch einfach selbst. Falls ihr bis jetzt die Finger davon gelassen habt, könnt ihr hier wunderbaren Shrek Mania 2 ansteigen. Und Fans bekommen genügend neue Inhalte, die die 10 Euro rechtfertigen. Kurz gesagt, viel Spaß, für wenig Geld, es lohnt sich einfach. Was noch dazu kommt, ist Shrek Mania 2 Rally. Und nachdem mal ihr nämlich dann eure 10 Euro ins Stadion investiert habt, könnt ihr euch noch zusätzlich Shrek Mania 2 Rally besorgen. Beide Pakete wurden parallel entwickelt und mehr oder weniger zur gleichen Zeit fertiggestellt. Und im Grunde bietet Rally eigentlich auch genau die gleiche Zahl an Art und neuen Inhalten, aber kostet interessanterweise 19,99 Euro. Die Frage ist dann natürlich, warum? Mir persönlich fällt kein Grund dafür ein, weil es, wie gesagt, zu Stadion kein großer Unterschied ist in Sachen Inhalt und Content. Inhalt ist das gleiche wie Content, das habe ich jetzt natürlich auch gerade gemerkt. Es ist eher so eine neue, ländlich gehaltene Gegend, in der ihr da fahrt, die mehr einem Rally-Setting entspricht, würde ich sagen. Ein neues Fahrzeug und ein entsprechend Rally-artiges Handling für dasselbe eben, mit dem ihr halt natürlich erstmal zurechtkommen müsst und sich reinfinden müsst. Es sind kleine Unterschiede, aber wenn ihr glaubt, euren Wagen genauso um die Kurse steuern zu können, wie es etwa aus Stadion gewohnt seid, liegt ihr falsch. Besonders abseits der Piste, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Dreck mitten durch die Wälder geht, ist viel Fingerspitzengefühl und Übung gefragt, damit ihr euren Wagen perfekt um die Kurven bringt. Aber wie gesagt, rund 60 vorgefälligte Strecken, ein unterschiedliches Handling des neuen Fahrzeugs und eine neue Umgebung mit San Pasna-Streckenteile bekommt ihr auch günstiger mit Stadium. Rally ist ebenfalls unabhängig von Stadium und Canyon spielbar, im Vergleich zu dem kürzlich veröffentlichten Stadionrenner, aber auf jeden Fall der etwas schlechtere Deal. Und dennoch macht auch Canyon trotz allem Spaß und fordert euch einmal mehr zur Perfektion heraus. Schlechter Stadion und Canyon ist Rally also keineswegs, der Preis unterlässt nach dem günstigen Stadium aber dennoch einen faden Nachgeschmack. Schlechter Stadion im Dreck mitten 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 Vielen Dank.